Hallöchen Leute und zurück zu One Piece Pirate Warriors. Wir müssen ja jetzt unser Maskottchen, äh, Chopper retten. Bin... Oh. Und schon hab ich meinen Einsatz verpasst. Ich hab meinen Einsatz verpasst. Ne, das war jetzt irgendwie keine Sternstunde, muss ich sagen. Ich bin gerade verwirrt, also ich hab gerade Spielstand neu geladen und, äh, aus irgendeinem Grund, äh, steht da jetzt wieder zwei. Also, dass ich sowohl Nami als auch Chopper retten soll. Nami haben wir aber an sich schon gerettet. Wow. Lass ich mich hier in die Luft sprengen. Mein Gott, kaum ist man hier mal weg und schon dreht hier alles durch. Das geht ja mal gar nicht. Oh, super. Oh, ich dachte schon, ich flieg jetzt quer durch die Gegend. Ja, mal nach oben, bitte. Oh je. Oh, das wär fast schief gegangen, Dude. Äh, und jetzt? Ich kann wieder zurück zum Speichern. Oder ich geh hier drauf. Okay. Was für einen Sinn hat das hier? Keine Ahnung. Ich hüpfe mal ein bisschen durch die Gegend. Und hoffe, dass ich mal bei Chopper lande. Also, wo ist der denn? Irgendwo da. Keine Ahnung. Dann geh ich mal hier hin. Och, die Pfeile, die zeigen ja auch so freundlich den Weg, den wir gehen können. Wir könnten da hinspringen. Wir könnten aber auch da hinspringen. Die Frage ist, was für einen Sinn hat, ist, wenn wir da hinspringen. Ach so, dann komme ich wieder zurück. Alles klar. Wie jetzt? Hä? Äh, hallo? Da hin, bitte. Was war das denn? Ich bin so schwach. Weil ich jetzt ein paar Mal runtergefallen bin, oder was? Oh, danke. Danke, liebes Spiel, dass du mich so schwach nennst. Mann, womit habe ich diese Ehre verdient? Oh mein Gott, ey. Also, ich bin gerade überhaupt nicht in Topform, muss ich sagen. Da muss ich erstmal wieder reinkommen. Länger nicht gespielt und schon dreht es hier alles durch. Oh, verdammt. Das ist das Problem. Das Problem. L2 und R2 sind Tasten, die sehr leicht gedrückt werden können. Ihr braucht sie nur auf dem Schoß zu legen, den Controller. Schon werden diese beiden Knöpfe gedrückt. Also, da muss man verdammt vorsichtig sein. Die sind so empfindlich. So, ich höre schon Chopper, wie er kämpft. Wie komme ich denn da hoch? Bitteschön. Es geht nochmal ab. Oh Gott, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich hasse das allmählich. Oh mein Gott. Das hat etwas von meinem Heavy Rain Let's Play, muss ich sagen. So. Oh mein Gott. Was habt ihr jetzt vor? Wow. Interessante Kameraeinstellung. Oh. Und dann wäre das auch noch fast schief gegangen. Also ehrlich mal. Okay. So. Hier bin ich Chopper. Endlich können wir kämpfen. Endlich können wir kämpfen. Oh ja. Einige sagten, ich soll immer Kreistasse gedrückt halten, um Gum Gum Sturm zu aktivieren. Okay. Wow. Das war geil. Das war mega geil. Hi Chopper. Hier geht's. Mission abgeschlossen. Ach so. Die 1 bezog sich darauf, dass ich einen gerettet habe. Oder was? Zu Franky? Ach, ich weiß nicht. Gibt's nicht was zu futtern hier? Oh, danke. Jetzt brauche ich nur noch SP. Na, ausgerechnet. Das haben sie nicht. Okay. Dann speichern wir das mal kurz. Die Musik hat echt was. Das passt jetzt irgendwie nicht zur Situation, dass Robin abhauen will. Aber. Okay. Dann. Fliege ich mal dahin. So, wer wartet auf mich? Frankie! Schalte Frankie aus. Über den wird ja überhaupt nichts hier gesagt. Was ist los hier? Äh, der Tanz von Frankie hat ein Sperrfeuer bewirkt. Okay. Der Tanz von Frankie. Jetzt muss ich erst mal die Karte hier orientieren. Okay. Oh, okay. Also, was sollte man, äh, über Frankie wissen? Frankie ist der Anführer der Frankie-Bande. Und, äh, was man noch wissen sollte, ist, dass er unten gelandet ist. So wie es aussieht. Ich muss nur noch ihn irgendwie finden. Nee, der ist nur auf einer anderen Plattform. Und Frankie ist ein, äh, ein Cyborg. So was ähnliches wie ein Cyborg. Der besteht hauptsächlich aus mechanischen Teilen. Und er liebt Cola. Also, das teilen wir zusammen. Wir lieben Cola. So. Und, äh, so stark ist er jetzt auch momentan nicht. Also, durch Cola. Wenn er Cola trinkt, dann wird er mega imbar. Dann wird er mega imbar. Das glaubt ihr nicht. Und wie trinkt er Cola? Ich meine, er ist ein Cyborg. Der, der trinkt nicht normale Cola wie du und ich. Nein. Der macht das so. Der tut das in seinen Bauch rein. Ja, der hat im Bauch so einen Kühlschrank oder sowas. Und da tut er so rein. Oh, das will ich nicht essen. Das ist voll HP machen. Oh, aber das machen wir. Dann hau ich ihn aber ordentlich da runter. Und Zorro macht mal erstmal gar nichts. Die bleibt da unten. So. Gum, gum, storm. Hehehe. Oh, weg da, weg da. Sonst kommt die böse Aura da. Frankie hat aufgehört zu tanzen. Ach so. Und jetzt willst du kämpfen. Die Frankie-Family ist aufgetaucht. Okay, oder Frankie-Familie, wie er die nennt. So, Zorro. Kämpfst du jetzt mit mir? Bitte. Das sind nämlich ganz, ganz viele böse Leute, die mich umhauen wollen. So. Au. Mann. Der hat mich geblockt. Boah. Also, Frankie sollte man bloß nicht unterschätzen. Der hat Kräfte. So, jetzt versuche ich mal, die da loszuwerden. Weil die stören einfach nur. Wo kommen die denn alle her? Oh, jetzt brauche ich Leben. Ich brauche Leben. Geht mal her. Danke. Bevor er jetzt etwas schief läuft. Oh mein Gott. So, ich... Zorro hat ein paar Probleme. Ich versuche doch nur, hier an euren Boss anzukommen. So. Frankie, jetzt bist du dran. So. Hat schon ordentlich was abgekommen. Und Frankie läuft nur in Unterhosen rum. Das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ein Cyborg, der nur in Unterhosen rumläuft. Komisch, ne? Ja. Merkwürdige Leute gibt es halt hier in One Piece. Sag mal. Lässt du mich in Ruhe? Hey, ich will mal eine Spezialtechnik einsetzen, bitte. Danke. Oh, jetzt verschwindet mal. So. Mein Gott. Hier sind aber viele. Und, Schiss. So. Ich muss jetzt nur noch an Frankie... So. Äh, lenkt ihn super ab. Wow, Vorsicht. So. Sprit ausgegangen. Ja, ne. Mission abgeschlossen. Die Tore sind offen. Ja, aber ich möchte die noch hier alle wegkloppen. Sind schon abgehauen. Jo, bis später. Bis später. So. Was haben wir jetzt hier? Hier ist das Ziel. Da komme ich aber nicht rein. Äh. Ich kann entweder geradeaus. Oder... Ich weiß auch nicht. Ich gehe einfach mal hier lang. Geradeaus hört sich immer gut an. Ja, wie wäre es denn da hinhüpfen? So eine große Panik. Muss ich nicht haben. Boah. Also, das war crazy. Okay, das war crazy. Haben wir hier überhaupt nichts zum Aktivieren? Hoppa. Hoppa. Oh mein Gott. Was sollen all diese Kletterpartien hier? Also, dass Frankie hier jetzt zum ersten Mal auftaucht, ist ein bisschen merkwürdig. Also, ich glaube, im Anime war das deutlich anders, wie die Frankie-Familie überhaupt hier aufgetreten ist. Also, mhm. Naja, aber wir kennen das ja vom Spiel. Also, alles kann man ja auch nicht vom Anime übernehmen. Das ist klar. Aber manche Sachen hätte man allein aus Respekt machen können. So, was passiert, wenn ich da jetzt... Äh. Wo geht es jetzt hier überhaupt entlang? Also, da geht es ja Galea. Das ist die Firma, wo die halt die Schiffe hier reparieren und so. Weswegen Water 7 so berühmt ist. Hoppa. Hoppa. Oh. Einmal durch. Bruno. Von der CP9. Okay. Galera Company. Äh. Was soll... Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir langsam an meinen Wissenslücken. Über die CP9 weiß ich leider nicht so viel. Die CP9 ist halt so eine Spezialagenteneinheit der Weltregierung. Au. Und das Problem ist, diese Leute sind knallhart. Die sind knallhart. Oh mein Gott. Äh. Oh. Maximale SP. Okay. Jetzt muss ich irgendwie den dazu bringen. Zu stoppen. Okay. Okay. Also, ich werde hier mal ein bisschen kämpfen. Ihr könnt ja lesen, was da so passiert. Ich werde mal ein Auge draufhalten. Also, der lässt mir nicht viel Spielraum, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe Angst vor ihm. Au. Ich habe Angst vor Bruno allmählich. Da gibt es Essen. Okay. Ich muss ein paar Angriffe hier abwehren. Aber so kann ich überleben. Aber der lässt mir nicht viel Spielraum. Also, der lässt mir... Boah, Alter. Seine Techniken sind fies. Ich kann mir Pistole ein bisschen hier und da. Ne, das ist das... Oh Gott. Der ist auch noch schnell. Also, der ist fies. Der ist definitiv fies. Der lässt mir nicht viel Spielraum, muss ich ehrlich sagen. Oh mein Gott. Ich will nicht. Boah. Der hat schnelle Schläge, du. Also, ich finde es ein bisschen assig, wenn ich mitten im Angriff bin, dass die einfach so anfangen, auch anzugreifen. Ich muss ihn doch irgendwie dazu kriegen, den Balken wenigstens leer zu machen. Hoppa. Vorsicht. Weg hier, weg hier, weg hier. Okay, jetzt bin ich da reingelaufen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also, verzeiht, wenn ich jedes Mal diese Technik verwende, aber damit komme ich am besten zurecht gegen Bossgegner. Kann auch ab und zu mal ein bisschen so auf Abstand gehen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Weck da, weck da. Okay, einen Balken habe ich ihm wenigstens abgehauen. Oh, okay. Okay. Wo kommt der denn her? Der hat Wallhack eingesetzt. Das war Wallhack. Das habe ich deutlich gesehen. Oh mein Gott, wie soll ich den bitte schon besiegen? Wenn der Wallhacks einsetzt. Oh mein Gott. Und ich kriege doch keine SP hier. Weg hier, weg hier. Wow. Der setzt Wallhacks ein. Puh. Also, gegen Cheater habe ich ganz große Menge Disrespekt hier. Ich habe ihn verwirrt. Okay. Wow. Vorsicht. Wee. Oh, zu spät. Das war, da habe ich nicht direkt gesehen. Na toll. Na, Benni. Das musst du besser machen. Oh, warum läufst du da auch noch rein? Komm schon. Den kannst du aufhalten. Okay. hat sich hier Raffys Kopf gerade so ein bisschen gedreht. Vorsicht. Oh, ich fand, ich hatte ihn gerade so gut. Ich hatte ihn so gut. Und dann habe ich verkackt. Weg da, weg da. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich das noch überlebe. Oh Gott, ey, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. So, jetzt nochmal. Okay. Jetzt, jetzt kann noch die Chance kommen. Jetzt kann noch die Chance kommen, dass ich es richtig mache. Und diesmal richtig reagieren hier. Puh, okay. Oh nein, ich drehe, ich drehe. Yes. Hat funktioniert. Puh. Jetzt geht's. Das war's für heute. Puh, das gibt immer noch den A-Rang. Auch wenn ich super viel Schaden abbekommen habe, gilt das immer noch als S? Also, das war das Respekt. To be continued. Also, gegen die CP9 haben wir ein bisschen angestinkt. Muss man, wenn man es wilde sagt. Weltregierung. Also, da haben wir verkackt, würde ich mal sagen. War hart. War hart. War hart. Aber gut, wir haben es überlebt. Robin ist jetzt aber weg. Und ja, da können wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Also, ich will Robin zurückhaben. Ich will sie zurückhaben. Und deswegen sage ich, dass wir speichern gehen. Schön speichern. Und dann nehme ich mal an, dann werden wir die CP9 verfolgen. Nach Enis Lobby. Genau. Der entscheidende Kampf auf der Justizinsel. Das werden wir dann im nächsten Part anfangen. Bis dann.